und zwar sollte ich die regelmäßig machen ich habe so das Gefühl ich muss ihn da einsperren und kann ihn da töten aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht 100 prozentig die Tür wird gleich wieder zu gehen ja ich habe gehört wie sich die Tür hier geschlossen hat hier wäre auch ein Schlüssel nötig dass ich da reinkomme jetzt bin ich wieder irgendwo ganz anders gelandet der Drache will den Obsidian nicht okay Scroll of Soulblazer okay Pyromancer Spell bei und zwar ein Sacrifice oh aber wenn ich Woundlandon habe muss ich den nicht Sacrificen gut äh casten lasst du Sacrifice themselves und casting wenn ich eine Woundlandon habe ist schon mal praktisch vor allem macht das verdammt viel Schaden das Problem ist Big Boy hier oh Big Boy kommt von da da ist Sackgasse da will ich nicht will ich nicht unbedingt lang shit shit ah ganz der Big Boy Big One das ab Nein ich komme nicht her ich bin noch nicht wahnsinnig da muss ich drücken und da muss ich falsch abbiegen okay und da muss ich Fuck. Oh nö. Höh. Oh. Bloody Maul und Schlüssel. So. Mhm. Einfach wieder aufladen. Wobei, jetzt kann ich ja Transmutation. Da komm ich wahrscheinlich rein indem ich hier den Schlüssel benutze. Und indem ich auf beiden Seiten den Schlüssel benutze. Ja. So. Okay. 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 Hm. Hm. Naja gut, für sowas habe ich ja auch das richtige Mittel. Ich bin ja hier erstmal sicher, weil, so wie es aussieht, Mr. Badass nur im Labyrinth herumguckt. Ich bin ja hier im Labyrinth herumguckt. Okay. Okay. Was haben wir hier drin? Dann Feuerstein. Ups. Amulet of Fury, Energies und Stärke. Okay. Hm. Jetzt bin ich dauergeraged. Okay. Okay. Das ist Spellcraft. Und zwar ist das Warlock. Heir. It actually is. On the way of effect. 3x3 healing spell, cost- und a Persev. Ahja. Nix so nützliches, aber ein Round Key und ein Rabbi. Okay. Tatsache, ich bin jetzt im Dauer-Rage-Modus. Du gibst das mal her. Sie hängt halt hinterher, aber ich will ihr Battle-Mage-Equipment nicht wegnehmen. Nur damit sie schnelle Erfahrungspunkte sammelt. Hm. Kann ich das Extinguishen? Ich konnte das Extinguishen, ja. Okay, das portet mich jedes Mal hierher zurück und hier ist alles wieder angeflammt. Okay. Necklifts of the Fallen. Collect all Fallen Wrecks to pass into the Turms of the Fallen Seven. Okay. Okay. Redhorn. Okay. Okay. Hm. Gut. Ich sollte ein bisschen Mal dabei hier wiederherstellen. Tut's dafür nicht auch die? Nee, die war's nicht. Nicht. Was war das gerade? Warte. Das ist eine Renovation Potion. Das ist eine Greater Renovation Potion. Und nehmen wir meinen Still eine. Und nehmen wir meinen Still eine. heißt das ist jetzt zwei